ja hallo grüßt euch team böhmler ich zeige euch jetzt das kleine workflow video was wir mit dem allplan optimize 360 ausgearbeitet haben das endergebnis ist natürlich noch nicht denn wir wollen ja am schluss noch schauen dass wir den report so erstellen dass es für die excel liste für die übergabe per copy paste für jeden brauchbar ist das muss man natürlich in der besprechung besprechen aber der workflow dass man zum beispiel sich räume anbaut die beschriftungsbilder ansetzt die einzelnen objekte mit einsetzt die sich mit den räumen verbinden und dann auswertbar sind das zeige ich euch und das zeige euch an einem realen projekt weil rechtliche räume kann natürlich jeder zeichnen und ich zeige euch wirklich step by step was ich gemacht habe ich habe die grundlegenden schritte gemacht das heißt ich habe die füllflächen exportiert vor der pdf ich habe die übertragen ich habe sachen reduziert ich habe räume gebaust gebastelt und angebracht beschriftet mit großen und kleinen beschriftungsbild ich habe die raumnahmen vergeben ich habe die funktionen vergeben und dann noch türstopper heizungen eingebaut einfach was mir jetzt gerade eingefallen ist das an ein paar beispiel habe aber jetzt keine türflügel oder sowas reingemacht ein paar türen als gegenflächen zwar gesetzt aber keine türflügel wenig maßlinien also das muss man natürlich alles noch bedenken was dann bei so einem großen projekt sein muss pro geschoss ich habe vergessen im report zu erwähnen dass das geschoss aus der teilbild struktur übernommen wird das für die crd zeichnen gut jetzt nicht mehr auf die folter spannen ich habe zeitstempel eingebaut damit ihr immer vor und zurück spulen könnt wo es interessant für euch ist und ich habe auch zeitraffer benutzt ich habe manchmal die dreißigfache geschwindigkeit benutzt das wäre das video ewig lang gewesen weil wer will schon prozess sind wie ich jede raum beschrifte und einzel absätze aber ich habe es wirklich live gemacht damit es auch ein reales verhältnis ist und wünsche ich euch viel spaß und freue mich aufs feedback servus tschau euer bera servus grüßt euch ich zeige euch jetzt den workflow aber zuvor ich habe im report eine erneuerung gemacht ich habe außerdem den falschen eingefügt in das subject das wo ich geschickt habe dürfte aber kein problem sein ihr müsst einfach nur das neue subject per drag and drop einmal reinziehen einmal ok und fertig das war es dann satz wir wieder auf aktuellen stand jetzt würde ich euch zeigen wie ich das ganze machen wird hier die original pdf und würde jetzt eigentlich erstmal so hergehen dass ich sagen würde ich würde jetzt die ganzen füllflächen in einer anders teilbild verlagern dazu gehe ich jetzt in den objekt manager dann schaut es zum beispiel so aus dann klappe ich mir jedes auf rechtsklick die gruppen entfernen den teil bildnummer ich brauche die typen schau füllflächen mit verlauf und da kann ich mir zum beispiel das anzeigen lassen und revertieren oder wie das heißt invertieren sorry und jetzt habe ich alles was ich an füllflächen habe gott ist das für mini füllflächen ok das ist halt das kommt davon von der auflösung von pdfs gut aber da steht dwg dann ist er noch schlimmer egal ich könnte jetzt noch nach farben filtern dass ich sagt ok diese diesen rgb wert den möchte ich nicht haben den entferne ich einfach mal oder ja ich will schnitzel aha das hätte wieder andere gut da mache ich lieber nicht da machen wir sollte wie folgt wir übernehmen erstmal alle füllflächen kopieren das aufs andere teilbild und dann entfernen was man nicht brauchen also gehe hier füllflächen zack steuerung c wechsel das teilbild erfüllflächen steuerung alt v dann habe ich alle füllflächen original position dann gehe ich noch einmal zurück weil ich mich die legende noch mitnehmen ich werde alles wieder anzeigen lassen hier oben auf das auge und ich nehme mir hier die legende hier mit die texte ich weiß ich habe etwas für axel mitgenommen das ist mit spielt jetzt für mich keine rolle steuerung alt v und jetzt habe ich das ganze hier eingefügt so opa deshalb ist noch gar nichts mit dem standard zum tun aber ist der erste step dann schaue ich was das auch da gibt es viel flächen und schwarz ok also ich filtere mir die farbe null ziehe einmal drüber und entferne das schon mal und dann habe ich hier außerhalb noch ein paar liegen die wohl gerade nicht entfernt und das brauche ich auch nicht gut so weit so gut müssen das hier sind auch füllflächen in weiß schauen aber die greifen kann wenn ich hier weiß einstelle kann ich nicht greifen ok dann geht wie folgt vorgehen die optionen rein gehe ich gleich in die anzeige ist gar richtig mache biller grau stufe ok jetzt sehe ich die weißen lechsten ist wie tschuldigung dass jetzt noch aber das sind ja wirklich brutalst viele die sind die sind störhaft die sind gestört das heißt ich werde jetzt folgendes tun noch mal schauen ob jetzt der filter greift mit der pipette es könnte mich nicht ganz weiß sein ja ist es auch nicht gut und deswegen habe ich es jetzt entfernen können jetzt sind dann aber busteln drin die ob wir die jetzt noch stören weiß ich nicht wir kommen einfach und löschen oder die paar busteln raus jetzt gefällt es mir einigermaßen und ich sage das sind jetzt meine räume dann kann ich jetzt anfangen mit dem assistenten ich schaue erstmal was ist denn das für eine farbe das ist ein teppich schaue hier rein teppichbelag bahnenware teppichware fließe bestandteppich bahnenware teppich in der farbe dann also überall wo diese farbe vorhanden ist jetzt klicke ich da rein und hoffe ja wunderbar jetzt habe ich die die möglichkeit den raumstempel abzusetzen den setze ich dann überall außerhalb ab und dann nächster fest zum beispiel war die max jetzt auf die schnelle und wird jetzt eine kleine zeitraffer schnell machen wird aber überall diese warnenware verlegen und jeden fußboden bis gleich so nachdem ich jetzt die äußere beschriftung bilder abgelegt habe würde jetzt reingehen und innen drin die beschriftungsbilder absetzen das heißt jeder raum bekommt jetzt noch ein kleines beschriftungsbild damit eine zuordnung eine eindeutige damit gehe ich auf beschriftungsbilder klein ein zeiler also jetzt wird macht die schriften ach so ich müsste die räume natürlich ins andere teilbild bringen das heißt ich war etwas dumm ich nehme nur die füllflächen verschiebt die um 100 meter nehmen alles was ich darauf in steuerung x verschiebt es wieder 100 meter unter gehen räume rein steuerung alt v die texte steuerung x zurück in die füllflächen zack bin jetzt in den räumen zurück und würde jetzt die füllflächen grau schalten und jetzt meine räume beschriften das heißt ich jetzt raum für raum durch und sagt mein raum stempel ein zeiler den setzte jetzt überall ab das heißt ich kann nicht auch vertikal absetzen hier wenn es sein muss man sonst bei mir wurde zum toll vielleicht unterwegs da ist dann die nummer der raumnahme wir müssen uns bloß merken wir starten von links nach rechts mit der beschriftung ja hier werde ich wahrscheinlich jetzt schon vertikal lieber absetzen wir platz und jetzt wieder horizontal werden ja genau das mal jetzt bei jedem raum hier mal jetzt gleich wieder den zeitraffer ein wir sehen uns gleich wieder genau jetzt wo ich es habe jetzt würde ich noch die funktionen elemente angleichen oder ausrichten machen dann kann ich halt beschriftungsbilder in eine linie bringen damit schaut vielleicht bei manchen sachen ein bisschen besser aus das heißt zum beispiel die oberkante jetzt in dem von dem 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 und dem dann die unterkante verdiene 3 die 3 die 3 habe ich die schon in einklang gebracht aber eigentlich müssen die links davon bündig sein auch die hier genauso würde ich jetzt einfach kurz bisschen für ordnung sorgen dass ein bisschen cool ausschaut ja genau ich glaube das schmeckt mir so und jetzt müssten die räume natürlich benannt werden muss jetzt schauen ob das irgendwie im original angegeben worden ist welche raum ok 3009 ok die sind benannt das heißt ich muss auch hier die räume dann auch benennen machen wir das hier mal grau das hier rot und jetzt schaue ich einfach was das für raum ist und welcher raum name damit ich nicht jedes mal so ein doppelklick machen muss das da überall reinschreiben muss gehe ich jetzt wie folgt vor ich habe in der bibliothek unter büro support habe ich dieses attribut ändern ich habe hier ich tue mal rückgängig machen was zum laden das haben wir euch eingespeichert bezeichnung und funktion ansonsten wenn ihr das nicht habt einfach rückgängig machen hier ein attribut suchen bezeichnung ganzes wort bitte ja jetzt da braun und wir brauchen ähm das attribut funktion ok bezeichnung ist jetzt in dem fall die 3009 büro schauen wir es mal r groß zack und jetzt haben wir hier die 3000 büro 3000 büro ist das alles teppich ja ok jetzt kann ich wie folgt vorgehen 3015 büro 3016 büro und wieder bitte der zeitraffer so jetzt glaube ich habe ich alles beschriftet und übergeben an aha der sanoflo ok den lasse ich jetzt einfach aus das prinzip müsste ja klar sein so gut jetzt haben wir das zeug drin jetzt kommen natürlich die wichtigen sachen mit türstopper der ganze zeug pipapo da weiß ich gar nicht wie ich vorgehen muss wie anhand ich was erkenne ähm brüstungselementen mhm abbruch nicht drüber moment ja also jetzt können jetzt irgendwie immer jetzt aber irgendwas sein diesen aufzug ok den brauchen wir nicht mit boden belegen glaube ich mal so jetzt kann ich das ganze entweder so belassen dass ich sage okay die füllflächen habe ich ja abgefahren abgefahren so ich kann aber auch sagen um die füllflächen möchte ich visualisieren hier rein und holen wir den flächen visualisierer und hätte jetzt hier könnte ich zum Beispiel das ganze anwenden hier sind aber Sachen dabei wo er aber nicht erkennt aber er sagt hey moment einmal ähm wir haben ein paar sachen im angebot die kennen wir gar nicht das heißt ich müsste jetzt hier nochmal ein neues anlegen bodenfläche aus dem wert material ok die habe ich jetzt und jetzt könnte ich zum beispiel das ganze anlegen äh da ich jetzt was abgelegt habe muss ich einfach einmal rückgängig machen muss ich einmal rückgängig machen normal ist wenn ich alles aus dem assistenten nehmen kann kann ich die hier nehmen ansonsten muss ich hier die bodenfläche nochmal neu machen hier habe ich einfach die möglichkeit die einzelnen farben anzuwenden sagen wir assoziativ ja und dann ist das ganze jetzt hier abgespeichert kann auch nochmal neu machen zack bodenfläche material achso ich habe ja zweimal genau und jetzt hätte ich das ganze auch farblich wenn ich denn möchte ich kann aber das ganze natürlich auch wieder rückgängig machen wie man möchte wahrscheinlich reicht der mir jetzt diese dieses füllflächen hier aus weil ich in dem fall habe ich ja füllflächen deswegen würde ich auch die verwenden weil die identisch zur legende sind hier habe ich jetzt mein 3d ding jetzt bräuchte ich vielleicht noch gegenflächen oder oder türflächen das heißt ich kann hergehen meine original dwg wieder einlesen füllflächen deaktivieren gehen meine assistenten sein und holen mir gegenflächen die mir jetzt die sockelleisten ausschneiden das heißt zum beispiel hier ich weiß nicht wie groß das sein muss ich mag es jetzt einfach großzügig und mache so im prinzip soll klar sein genau das muss ich nicht beschriften genau das mache ich jetzt nicht bis zum geht nicht mehr da habe ich jetzt keine zeit und lust dazu aber man sieht dass hier die sockelleisten zum beispiel ausgespart werden jetzt hat man es halt visuell im überblick und jetzt kommt das subject zum einsatz wahrscheinlich das intelligenteste tool überhaupt hier ist subject hier kann ich zum beispiel einstellen türstopper und sagt ein türstopper 1 hier hier schließen türstopper 2 drehwinkel von 90 grad vielleicht und so weiter dann könnte ich das ganze auch hier machen 1 für stopper 1 und so weiter dann könnte ich zum beispiel sagen ich brauche ein rechteck nennen wir das ganze mal heizkörper die länge breite brauchen das umfang und fläche vielleicht ich habe keine ahnung und setzte zum beispiel hier den heizkörper 1 hier ab als kuppel 2 hier als kuppel 1 1 1 3 4 5 5 5 5 6 5 7 8 9 9 11 11 12 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 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 dann macht man noch Blattfläche im Flur jetzt nicht gewischt machen wir hier noch einen rein also ok und dann gibt es am schluss den report die büro subject römen mengenliste alles und dann wird mir alles ausgegeben was halt so in den räumen vor sich geht das heißt hier habe ich die heizkörper zu sehen türstopper und so weiter und so fort was sie natürlich noch machen kann moment bevor wir ich kann noch zwei die den report können wir dann absetzen dann können wir sagen okay report römen mengenliste zum beispiel jetzt über diese drei bange dann haben wir hier druckvorschau hier maßzahlen und haben hier türstopper türstopper stück 1 heizkörper 1 fläche umfang ein stück 1 2 3 4 stück türstopp 1 2 2 stück umfang fläche und so weiter und so fort und das können natürlich über alles machen jetzt diesen raum auswerte dann habe ich hier boden tank rund ein stück zack säule 25 umfang 4 stück 1 2 3 4 und welche naturstein leistung leiste genau so jetzt der workflow und so könnte man das ganze machen das was man jetzt hier sieht das wird ja dann sowieso soll jetzt mal als plan zusammenstellung ausgegeben ja und mehr gibt es erstmal nicht zu sagen vielen dank für die aufmerksamkeit das wäre das wäre es was denn es gibt ein paar